So, der gute Mahler am Rucksack hat ein Video hochgeladen, Vorbereitungen für Burning Crusade Classic in 7 Schritten, 18.000 Aufrufe schon, ja, ist natürlich ein Thema, was momentan alle interessiert, sind wir gespannt, wir gehen rein. Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns 7 Punkte an, welche ihr in Vorbereitung zu The Burning Crusade beachten und erledigen könnt, um einen einfacheren Start zu haben. Falls ihr uns wie immer kostenlos supporten wollt, lasst uns doch super gerne direkt einen Daumen nach oben da. Vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß beim Video. Danke. Der richtige Charakter. Starten wir direkt mit dem Offensichtlichen. Sucht euch eure Klasse und Rasse aus und informiert euch im Voraus darüber. Durch einige grundlegende Klassenänderungen verschiebt sich die Meta in The Burning Crusade drastisch. Wo es in Classic noch gang und gäbe war, dass vor allem Schadenskriege an der Spitze des Damage-Meters standen, wird sich das Ganze in TBC vor allem in den ersten Raids ändern. Viele der Bosse sind nämlich nicht wirklich melee-freundlich, sodass eure Fernkampfkollegen im Schaden deutlich vorwegziehen werden. Man hat euch als Eule oder Schattenpriester in Classic nicht mitgenommen, sodass ihr sogar gererollt habt. Im TBC wird das nicht mehr der Fall sein. Das war jetzt nur ein Beispiel in Sachen Raids und PvE. Im PvP sieht das Ganze natürlich wieder etwas anders aus. Nicht außer Acht zu lassen sind hier natürlich auch die neuen Spielkommenden Klassen für Horror und Allianz. Blutelf Paladin und Trainer Schamane stehen euch im Pre-Page 4 Release bereits zur Verfügung. Haben wir Eulen im Chat? Das Wichtigste ist allerdings, spielt die Klasse, worauf ihr am meisten Lust habt. Ich denke ich. Und nicht die, welche in irgendeinem Damage-Meter an erster Stelle steht. Seid euch dennoch einfach bewusst, was euch mit eurer jeweiligen Klasse erwartet. Erfahrungspunkte knüpfen wir direkt an. Ja, finde ich gut, dass es auf jeden Fall gesagt wird. Sage ich auch immer wieder, Leute, spielt einfach das, worauf ihr Bock drauf habt. Ja, Jäger und Hexenmeister, da gehen wir gleich auch noch drauf ein in dem Link, den ich euch zeigen möchte. Machen am meisten Damage, aber wen interessiert eigentlich, wer am meisten Damage macht? Es interessiert einen doch eh immer nur, finde ich, wer macht von den Jägern am meisten Damage? Wer macht von den Warlocks am meisten Damage? Ich meine, warum sollte man sich mit einer anderen Klasse vergleichen? Macht eh keinen Sinn, finde ich. Von daher, spielt einfach das, worauf ihr Bock habt. Das wird jetzt vermutlich eher für Anfänger in Betracht kommen, aber um fast sämtliche Inhalte von The Burning Crusade nutzen und spielen zu können, benötigt ihr einen Charakter der Stufe 58. Da ein Release-Termin noch nicht feststeht, der League aber Anfang Mai sagt, bleiben euch hierzu zum Zeitpunkt der Aufnahme noch ca. 2 Monate. Mit einer durchschnittlichen Spielzeit von 8 Tagen auf Level 60 bleibt euch noch genug Zeit, das Ganze nachzuholen. Für alle Veteranen mit einem Level 60er Charakter gilt hier, macht vorher 20 Quests fertig und wartet mit dem Abgeben bis zum Release-Tag. Ja, macht ihr das mit diesen 20 Quests erledigen? Da muss ich erstmal welche finden, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt noch mache. Ich hab irgendwie gar keinen Bock drauf, ey. Welche nimmt man denn da? Ich meine, man hat ja auch schon die meisten gemacht, so, ne? Ja, ich glaub, das werd ich gar nicht machen. Es wird auch debattiert. Lusis, du machst am meisten Damage auf jeden Fall. Es wird auch debattiert, ob Jäger oder Hexenmeister überhaupt die Meta werden oder ob es doch ein Release werden, wieder für Speedruns. Ja, ja, darum, darum. Weißt du, ich meine, also, ich selber hab das auch in meinen Videos gesagt. Das sagt eigentlich jeder grad auf YouTube, jeder auf Twitch, jeder, ähm, ja, klappert so ein bisschen das Gleiche auch nach, was man so hört, ne? Äh, deswegen, das ist völlig normal. Es ist halt einfach gerade so die Ansicht von der Mehrheit, dass quasi die Casts quasi die Meta werden und die Release nicht mehr. Aber ganz ehrlich, in Burning Couset, Leute, wir werden viele Überraschungen noch bekommen, glaubt mir. Ja, wir haben auch in Classic viele Dinge gehabt, die man vor dem Release nicht auf dem Schirm hatte. Die man vor dem Release nicht auf dem Schirm hatte. Und deswegen, ich glaube, wir werden auch in Burning Couset die ein oder andere Überraschung im PvE, äh, auch in der PvE-Meta noch bekommen. Also, seid euch nicht so mega, also macht euch, deswegen ist es ja umso wichtiger, spielt das, worauf ihr Bock habt, weil die Meta könnte sich sogar quasi auch als, äh, anders herausstellen am Ende. Um sowohl von der PvP-Schlacht als auch von überfarmten Quest-Zielen verschont zu bleiben, sucht euch am besten jetzt schon eine Gruppe aus Gleichgesinnten, mit denen ihr von Anfang an Dungeon farmen werdet. Trotzdem vermutlich ein Layering wird die Höllenfeuer Halbinsel in sämtlichen Belangen überfüllt sein. Auf PvE-Servern werdet ihr zum Großteil von PvP verschont bleiben. Allerdings müsst ihr euch auch hier mit einer Vielzahl von Spielern derselben und gegnerischen Fraktion auseinandersetzen. Wenn ihr dann also ein bis zwei Level gemacht habt, könnt ihr entweder direkt in den Zagarmarschen weiterquesten, wo etwas weniger los sein wird, oder ihr bleibt in Instanzen bis Level 68. An der Stelle, by the way, vielleicht auch für die YouTube-Zuschauer, falls das Video auf YouTube kommen sollte, weiß noch nicht genau, äh, da gibt's eine sehr nice Seite, könnt ihr ja gerade im Chat auch schon mal aufmachen, wenn ihr Bock habt, www.tbc.gg, ja. Dann gibt's hier nämlich Leveling Guide. Und hier wird zum Beispiel genau erklärt, äh, schauen wir uns gleich noch an in Ruhe, wie man, äh, in Dungeons hochleveln sollte. Fand ich sehr interessant. Also wird quasi genau erklärt, ey, bis Level 61 soll man hier, ähm, äh, Blood Furnace machen, dann soll man quasi nach, äh, äh, hier dann irgendwo nach Terokar, dann nach Shatra, blablabla, dann da quasi, äh, mit Shatra diese komische Aldo- oder Seah-Quest machen, dann hier weiterleveln in den Slavebands und so weiter. Fand ich sehr interessant. Ähm, ja, könnt ihr gerne in der Videobeschreibung mal abchecken. So. Da gehen wir gleich auch noch drauf, äh, ein. Und startet dann direkt mit der Karasang-Pre-Quest. Genaueres zu Pre gibt's zu einem späteren Zeitpunkt. Ein weiterer großer Vorteil von Dungeon-Leveling ist, durch die übrigbleibenden Quest könnt ihr auf Maximalstufe einiges an Gold farmen. Diese geben dann, anstelle der Erfahrung, einen erhöhten Goldbetrag als Belohnung. Auf der anderen Seite können euch dann teilweise wichtige Pre-Rate-Quest-Items fehlen, welche ihr bis in den T4-Content tragen werdet. Beispielsweise eines der drei auswählbaren Schmuckstücke, welches ihr auch gerade schon im Hintergrund sehen könnt. Dieses bekommt ihr sogar schon auf der Höllenfeuer-Halbinsel nach einer längeren Quest-Reihe. Wir gehen in einem späteren Video noch mal genauer auf die wichtigsten Items ein. Twinks. Twinks werden auch im TWC. Ja, noch mal ganz kurz. Also, wie gesagt, dieses Dungeon-Leveling ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um das Leveln zu ergänzen in einigen Bereichen. Es wird natürlich Leute geben, die nur damit hochballern werden wieder. Ich werde auch wahrscheinlich mit Godold Seidberg und ein paar anderen Kollegen relativ viel Dungeon-Grinding am Anfang machen. Ich habe da aber auch Bock drauf. Muss jeder, finde ich, für sich selber entscheiden, ob man da Bock drauf hat oder nicht. Ja, ich finde so dieses auf der offenen Welt rumrennen, auf der Höllenfeuer-Halbinsel, wenn alle da rumeiern und so weiter, ist halt irgendwie auch ein geiles Gefühl. Also, ich habe auch so ein bisschen manchmal das Gefühl, wenn ich jetzt wieder dann 24-7 im Dungeon hocke am Anfang, dann verpasst man so ein bisschen diese geilen Schlachten auch so ein bisschen zwischen den Leuten am Anfang. Von daher mal gucken. Vielleicht kann man da ja irgendwie auch noch so einen Mittelweg finden. Auf der anderen Seite werde ich sowieso mehrere Chars hochleveln am Anfang direkt. Von daher, vielleicht level ich dann den ein oder anderen Char, wo ich weiß, okay, ich will eh nicht Heros mit dem Farmen, mit dem Warlock zum Beispiel. Level ich einfach mit Questen hoch. Aber mal gucken. Aber lasst euch auf jeden Fall nicht in die Dungeon-Levelmeter reindrängen, wenn ihr da keinen Bock drauf habt. Ja. Klachten mit den drei Leuten, RIP. Du, Kazuki Maruki, du kannst dir einfach in den drei, vier Wochen von dem Pre-Patch das Rang 14-Gier noch holen für Lau. Und dann hast du eigentlich kaum einen Nachteil. Das wird nicht so das Problem sein. Okay, wir gehen mal weiter. Weiterhin eine relativ große Rolle spielen. Sofern ihr, was Materialien und hergestellte Items angeht, selbstständig bleiben wollt, lohnt es sich hier, einen oder mehrere Twings mindestens auf Stufe 50 zu spielen. Wo in Classic die Beruf-Cooldowns bei Level 35 lagen, werden sie in TBC eben auf Level 50 erhöht. Um das Ganze aber einfach mal etwas anschaulicher zu machen, Genau, wichtiger Punkt. Twings mit berufen. Ich habe zum Beispiel schon sechs Twings, glaube ich, Ready oder fünf, die alle Level 50 sind und Alchi und Schnallerei schon auf 300 haben. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann macht euch die Chars jetzt, würde ich sagen, weil mit Burning Crusade habt ihr andere Sorgen. Tims zu kommen, müsst ihr euch das epische Urmundstoff-Set zusammenstellen. Dieses besteht, wie der Name schon sagt, aus Urmundstoff. 26 an der Zahl benötigt ihr für alle drei Teile. Um besagten Urmundstoff allerdings herzustellen, gibt es einen Cooldown von ganzen drei Tagen und 20 Stunden. Ihr seht schon, das Ganze kann dadurch auf jeden Fall etwas Zeit in Anspruch nehmen. Ab Level 68 könnt ihr euch allerdings spezialisieren, sodass ihr pro Cooldown jeweils zwei Stück Stoff rausbekommt. Wenn ihr also etwas Zeit und Gold sparen wollt, packt euch einen Twink mit mindestens Level 50 und skillt den jeweiligen Beruf hoch, um ebenfalls die Cooldowns auszunutzen. Selbst wenn ihr besagten CD nur verkauft, kann euch das Masseg an Gold einbringen. Vor allem am Anfang von The Burning Crusade. Levelt euch außerdem einen Druiden auf Stufe 68. Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt mit den Schneiderei-Twinks, um es vielleicht ein für alle Mal für jeden zu klären. Wenn ihr euch einen Twink erstellt, dann müsst ihr auf jeden Fall Level 50 haben, damit ihr bei Alchemie den Transmute verwenden könnt. Damit ihr zum Beispiel die Urmacht herstellen könnt. Die Alchemie-Spezialisierung wiederum, dass ihr zum Beispiel die Chance habt, wenn ihr eine Urmacht transmutiert, zwei bekommt oder mehr noch, die könnt ihr nur erlernen, wenn der Char Level 68 erreicht hat. Bedeutet, euer Twink kann immer nur einen davon herstellen alle paar Tage. Und bei Schneiderei ist es ähnlich. Da kann man mit Level 50 auch nur dann immer einen Stoff herstellen. Und ich glaube aber, mit Level 60 hat man da wiederum schon die, äh, meinte irgendwie neulich jemand, dass man auch bei Schneider schon mit Level 60 die Spezialisierung hat und um zwei herstellt. Das weiß ich nicht genau. Ich glaube, er hatte jetzt gerade hier auch 68 gesagt, ne? Ähm, ist eigentlich auch egal. Also mir ist einfach nur wichtig, für mich persönlich, ich hab meine Charts auf Level 50. Und ich bin, ähm... Ich bin einfach zufrieden damit, wenn ich mir alle drei Tage mit meinem Twink eine Uhr macht und einen Stoff herstellen kann. Ich bin ein echter Countryboy. Ähm, und das mach ich dann mit fünf Charts oder so, das ist schon lukrativ, ne? Am Laufe der Zeit. Ähm, das wäre auch so meine Empfehlung, wenn ihr euch quasi für Burn & Cozette vorbereiten wollt, farmt nicht lieber 100 Milliarden Gold, sondern levelt euch lieber Twinks hoch für die Berufe. Ähm, reizte Schorsch, danke dir für den Follow. Und Sunny, vielen, vielen Dank für den Sub an der Stelle. Ich hoffe, es geht dir gut. Moin. Drei Monate schon, Sunny, danke dir, danke dir. Drei Monate, die Fehler am Supporten hier. Bist du auch schon im Weekend-Feeling. Moin, 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 moin. Und moin, Emperor auch am Start. Moin. Chill, halber, ist echt so, ey. Emperor, moin, moin, ich hoffe, es geht dir gut. Weekend, Weekend-Feeling hier, ey. T3, weißt du, beispielsweise beim Schurken trotzdem besser als Rang 13-Gier, wenn er dann auch noch Naxx-Waffen hat? Ja, das stimmt, aber es ist nicht so ein kranker Unterschied, glaubt mir. Es ist nicht so ein kranker Unterschied. Und man wird auch vor allem in Burnico selbst, selbst auf der Höllenfeuerhalb-Insel schon sehr viele Waffen finden und Sachen finden, die ein sehr gutes Upgrade sind. Da würde ich mir nicht so die Gedanken machen. Ich leite keine Gilde, ich bin ein ganz normales Mitglied in einer Gilde. Ja, Druide werde ich mir nicht hochleveln. Das wird natürlich die Meter sein. 100 Milliarden Leute werden sich einen Droiden auf 68 Leveln oder noch höher, um dann mit der Fluggestalt durch die Outlands durchzufliegen und die Kräuter zu looten und so weiter. Kann ich verstehen, habe ich persönlich keinen Bock drauf. Ich bin immer jemand gewesen, der eigentlich nur einen Schar spielt primär. Und wenn ich Farm gehe, dann mit dem Main-Schar und fertig. Aber das werden sehr, sehr viele Leute machen. Das einzige Klasse ist ein Flugmount bzw. Fluggestalt kostenlos und kann in dieser Kräuter und Erze abbauen. Bedeutet, ihr müsst nicht mal umständlich von eurem Mount absteigen, um Ressourcen aufzunehmen. Ja, das ist der einzige Vorteil. Wenn ihr es noch nicht wisst, Droiden können ihr Mount instant mounten, also ihr Flugmount. Das heißt, sie brauchen keine Cast-Zeit, um aufzumounten. Und das ist halt einfach beim Farmen sehr angenehm. Wie so eine Form eigentlich, wie so eine Ehrenform oder so eben auch. Moin Pferdesalbe, moin moin. Alien. Euer Charakter steht. Materialien. Euer Charakter steht, jetzt fehlen euch noch die passenden Berufe. Auch hier erkundigt euch vorher, welche Kombination am besten zur jeweiligen Klasse als auch Rolle im PvE-PvP passen. Und fangt direkt mit dem Farmen an. Den Großteil der Berufe kann man mit Materialien aus Classic auf Maximalstufe bringen. Bunkert euch also so viel Classic-Muts wie möglich, um sowohl euch selbst im Beruf hochzupuschen, als auch mit anderen Mats etwas Gold zu verdienen. Aktuell, insofern die Trommeln nicht geändert werden, werden viele Lederverarbeitungen hochskillen. Der Preis für alte Ledersorten wird steigen und ihr könnt daran... Viele Lederverarbeitungen hochskillen. Also mein Feeling wäre gerade eher, dadurch, dass man durch dieses Blizzard Q&A relativ sicher eigentlich schon gehört hat, dass Lederverarbeitungen genervt wird. Ja gut, weiß ich nicht. Vielleicht werden es viele auf Verdacht eventuell trotzdem hochleveln. Das könnte sein, ne? Kann natürlich sein. Und verdienen, nicht zu vernachlässigen. Erze für Schmiede oder Juwelenschleifer, Essenzen für Verzauberer oder aber auch Gegenstände wie die rechtschaffenden Kugeln und Elementar Erde werden wieder sehr gefragt sein. Schaut euch vor allem am besten jetzt schon die auch schon im vorherigen Punkt angesprochenen Pre-Rate-Best- und Slot-Listen eurer Klassen an, sodass ihr wisst, was euch erwartet. Ich sag nur, dass Urmund... Ihr wisst nicht, was euch erwartet, Leute. Aber das wird halt am Anfang von Burning Crusade, kann ich euch nur sagen, ne? Es wird halt... Also das möchte ich auch nochmal an der Stelle sagen. Am Anfang von Burning Crusade, Leute, werdet ihr wirklich... Ähm, wie soll man sagen? Äh, überwältigt wahrscheinlich von den Dingen, die ihr zu erledigen habt. Ne? Raid-Vorbereitungen. Rufe hochballern, leveln, ruf, heroes, ne? Und die Leute werden euch voll labern, wir müssen schnell das machen und das machen und ihr braucht das und das und das und ganz viel Gold und alle müssen reich werden und bla. Lasst euch davon nicht voll labern. Macht einfach alles Stück für Stück, so wie ihr da Bock drauf habt. Und lasst euch davon nicht, ähm, den Spielspaß versorgen am Anfang. Das ist ganz, ganz wichtig, Leute, ne? Also, äh, ja, es gibt viel zu tun und ich hab auch mega Bock drauf und am Anfang, ne? Nehmt euch Urlaub, suchtet rein, aber lasst euch nicht so diese, äh, diesen Stressfaktor aufbinden am Anfang. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Das sollte man nie vergessen bei alter Vorbereitung. Da wird die Beta für Aufschluss sorgen, was Lederang. Ja, stimmt. Safe. Stimmt, da hoffe ich, äh, dass die Beta, äh, auch mal bald beginnt. Stimmt. Natürlich, Lederverarbeitung hat auch andere Vorteile noch, ja. Hab so KB auf Scheiß, Prebiz und Min-Maxing. Viele tun so, als ob das sonst 10 mal schwerer wäre, die Rates zu klären. Ja, also wie gesagt, Leute, deswegen, das sag ich auch immer wieder, äh, der Rate-Content wird einfach sein. Ne, also das haben wir ja auch in Classic auch gesehen. Jeder wird die Rates klären können, wenn man sich so ein bisschen anstrengend zusammenarbeitet und konzentriert euch lieber darauf, ähm, mit coolen Leuten in Burning Corset unterwegs zu sein und konzentriert euch nicht darauf, wie möglich schnell die Rates zu klären. Also, ich glaube, den Fehler haben viele Leute in Classic gemacht und, ähm, den solltet ihr nicht machen. Das Zauberfeuer-Set für den Magier oder auch das Eisenschatten-Twin-Set für den Hexer. Nützliche Classic-Items in TBC. Nachdem wir nun wissen, welche Materialien wir benötigen, gibt es noch das ein oder andere Item, welches ihr auch weiterhin in TBC verwenden könnt und solltet. Kleiner Spoiler vorweg, bei den meisten Items handelt es sich um Schmuckstücke, aber geben wir die ganzen einfach mal im Schnelldurchlauf durch. Fangen wir bei der Dunkelmond-Karte Blauer Drache an. Diese ist absolut genial für Mana-Rack im Kampf und wird euch sehr wahrscheinlich bis in die ersten Rates begleiten, vor allem für Priester sehr interessant. Okay... Ja, 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 kann man mitnehmen, kann man mitnehmen, ne, klar, ja, ja, ja. Natürlich auch zum Leveln bis Stufe 70 ein riesiger Vorteil. Weiter geht's mit der Hand der Gerechtigkeit, besser bekannt als Hand of Justice und Iron Foe vom Imperator im BRD. Diese werden euch auch weiterhin eine Chance für einen bzw. zwei zusätzliche Angriffe gewähren. Mhm, das stimmt. Hodge ist tatsächlich auch in Burning Crusade immer noch ein gutes Trinket, gerade für Schurken auch. Aber ich leider mit meinem neuen Schurken noch nicht. Äh, vor allem, der droppt ja mittlerweile auch beim Emperor, ne? Ähm, ja, ob ich mir das tatsächlich vor Burning Crusade noch holen werde, keine Ahnung. Es ist, ist ein nettes Trinket, aber ja, ist auch, ist auch wieder eher mit Maxing, finde ich, ähm, braucht man jetzt auch nicht unbedingt. Und so ist es zwei zusätzliche Angriffe gewähren. Macht des Willens von General Zorneschmiede in BRD kann 10 Sekunden eingehenden Nahkampfschaden um 25 reduzieren und wird vor allem für Paladine im AUE-Farmen interessant werden. Auch Nefarian's Träne wird vermutlich bis hin in die ersten Raids von TBC getragen werden, da sie einiges an Zauberschaden sowie einiges an Hitmützig bringt. Die Scarabeusbrosche aus Akku 40 von Viskidus ist ebenfalls ein super Schmuckstück, welches statsunabhängig arbeitet. Es gewährt dem Ziel ein Schild, welches 30 Sekunden lang Schaden in Höhe von 15% der gehaltenen Gesundheit absorbiert. Ebenfalls für Heiler Hazarasch-Amulett der Heilung. Dieses reduziert die Zauberzeit eurer Zauber um 40% und verringert 15 Sekunden lang die Mana-Kosten eurer Heilzauber um 5%. Das Gurubashi-Trinket für meine Schorken aus ZG hätte ich auch gerne noch. Muss ich mal auf Patrick informieren, wann da die ZG-Gruppen immer abgehen. Das würde ich mir, glaube ich, auch nochmal so vor Fun besorgen. Ich weiß nicht, ob ich es genau brauche, aber besorgen werde ich es mir wahrscheinlich noch. Hintergrund-City gerade die Priester-Variante. Dieses könnt ihr in Zulgurub in der Edge of Madness bekommen. Dort müsst ihr das Item von allen 4 Bossen looten, welches allerdings nur alle 2 Wochen wechselt und nur ein bis 2 Items pro ID fallen lässt. Wappen des Schlechters wird von Saphiron fallen gelassen und ist ebenso eines der besten Mili-DPS-Schmuckstücke bis in die ersten Raids. Genau wie der Kuss der Spinne. Das ist so, finde ich, mit, wenn man jetzt Mili spielt, mit das beste Item, was man aus Naxx momentan mitnehmen kann, den ihr Naxx raidet, gebt eure DKP-Hilfe aus oder versucht das Item zu bekommen, weil das könnt ihr quasi relativ lange, jo, loses bis dann, bis später, bis später, ciao, ciao. Das könnt ihr quasi am Anfang als Ersatz für das Hero-Batch-Ding verwenden. Ne, dass die, diese Blut, Blutlust-Brosche, glaube ich, für 41 Hero-Marken, also 41 Hero-Marken dauert relativ lange und dann könnt ihr einfach eure Hero-Marken erstmal für andere Dinge verwenden und statt, ähm, dessen das Trinket ihr tragen. Das würde ich euch, das ist eine gute, tatsächlich ein Vorteil, den, äh, Spieler haben werden, die regelmäßig jetzt noch Naxx-Ramas clearen, ja, das Trinket. Stücke bis in die ersten Raids, genau wie der Kuss der Spinne von Maiexner. Vergleichen wir die Items aber mal mit der Kampfrausch-Brosche. Die Kampfrausch-Brosche... Ah ja, hier kommst du, genau, perfekt. Genau, ne, also ich finde, bin mal gespannt, was er jetzt sagen wird, aber, ähm, ihr seht hier schon, ne, also es ist kaum, kaum ein Unterschied, ne, also dafür, und das sind 41 Hero-Marken, die ihr, wie gesagt, auch erstmal für andere Dinge verwenden könnt, ne. ...ist ein Gegenstand, welchen man gegen 41 Abzeichen der Gerechtigkeit tauschen kann. Das Wappen des Schlechters ist demnach nur minimal schlechter wie ein episches Level-70-Schmuckstück, für welches man zeitgleich etliche HC-Instanzen besuchen muss. Richtig, richtig. Bei Dienst verhindert das Garabeo... Ja, alle Wissende, die Pfeiler, ja. ...ist eines der besten Tank-Schmuckstücke. Dieses werdet ihr vermutlich bis in den T5-Content tragen können. Okay, was wusste ich nicht. ...eskaliert unseres Wissens nach nicht mit Plus-Heilung und soll gegebenenfalls nochmal etwas angepasst werden. Zumindest ließ das ein Entwickler in einem BlizzCon-Online-Interview durchblicken. Da ihr, bis ihr Exalted bei den Seer oder Alder seid, keinen neuen Schulter-Enchant gibt, könnt ihr euch entweder den Saffirondrop aufheben oder ihr bunkert euch einfach ein paar zandalarische Schmuckstücke und... Ja, die würde ich, glaube ich, die aus ZG einfach nehmen. Ja, ich glaube, da braucht man nicht unbedingt die aus Naxx. Wollt euch bei Bedarf den Zul-Guru-Schulter-Enchant. Auch der Trank der freien Aktion oder Free-Action-Potion, beziehungsweise in kurz FAB, sind auch auf Level 70 noch mehr als nützlich. Bleibt zu guter Letzt natürlich noch Thunderfury, speziell für Mob-Gruppen, sowie Artyesh. Artyesh vor allem für das Portal nach Karazhan. Gold, Gold und nochmal Gold. Um es relativ kurz zu sagen. Richtig, Leute. Farm Gold. Farmt euch so viel Gold wie möglich. Einige der aufgeführten Punkte können euch Gold einbringen, auf der anderen Seite aber auch sehr viel Gold kosten. Wer sich zumindest auf das Flugmaunt vorbereiten will, benötigt 6200 Gold pro Charakter. 1000 Gold für das normale und 5200 für das Epic-Mount. Kosten für Reitfähigkeit im Begriffen. Das war's dann auch schon wieder für heute. Ja, Goldfarm, Leute. Wir hoffen, ihr könnt euch einen anderen Tipp mitnehmen, um euch euren Einstieg im TPC zu erleichtern. Wir halten euch hier weiterhin auf dem Laufenden. Schreibt uns gern mal, was ihr bis zum Release macht. Nackt clearn, Rang 14 machen, 100.000 Goldfarmen oder vielleicht sogar ein anderes Spiel spielen und oder eine Pause machen? Ab damit in die Kommentare. Bis dahin vielen lieben Dank und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie. Natürlich, natürlich. Hab ich immer dabei. Ja, sehr schönes Video von Mana. Mal wieder. Ähm. Also, ich werde bis TBC natürlich noch 100.000 Goldfarmen. Ja. Sehr, sehr schönes Video. Schön wär's, ne? Ich bin froh, wenn ich meine 6.000 erreiche. Oh Mann, gucken wir mal. Ja, wir müssen ja eigentlich gleich, wir gehen auch gleich in Goldfarmen rein, Leute. Ähm. Mana-Tränke habe ich immer im Rucksack. Selbstverständlich auch mit dem Schorkenreche. Untertitelung des ZDF, 2020